Meinungen zum Thema Geld oder auch zu der Technologie. Ich habe jetzt etwas Lustiges erfahren über einen Vitamin, das heißt B17. Das ist eine stabile Verbindung von zwei hochgiftigen Stoffen. Und jetzt ist halt die Sache, diese beiden hochgiftigen Stoffe, die werden von gesunden Stoffwechseln nicht gespalten und spielen somit in unserem Organismus keine Rolle. Und wenn wir jetzt einen anderen Wechsel, einen anderen Stoffwechsel, und eine andere Lebensführung haben, dann spalten wir Gifte auf, setzen die frei und sterben dran. Und so sind die Sachen, wie wir mit Geld umgehen oder wie wir mit einem Hammer umgehen oder halt auch mit uns selbst.